Hallöchen zusammen, ich zeige euch in dem Video, wie ihr Hisui Baldorfisch und Miriador bekommen könnt. Baldorfisch kann man im Kobalt Küstenland fangen, im Wasser beim stillen Binnenmeergebiet. Ich habe hier gerade auch schon drei Stück entdeckt. Um es zu entwickeln, brauchen wir die Attacke Giftstachelregen. Die kann Baldorfisch ab Level 25 erlernen. Und dann muss man die Attacke insgesamt 20 mal als Krafttechnik einsetzen. Das müsst ihr natürlich nicht bei einem einzigen Kampf machen. Und ja, sobald ihr das habt, könnt ihr es entwickeln und Baldorfisch bekommt endlich seine langersehnte Entwicklung. Ja Leute, das war's mit dem Video. Macht's gut und Paris Athen. Auf Wiedersehen.